Wir sind drüben Richtung eher Bunker so. Ein Tür ist auch schon offen. Ja Bunker dann immer jemand ist so da. Aber davor sind auch welche im Haus. Da freucht irgendwo ein Schild. Das wäre sick. Oh die hat getroffen. Da 82 Schild weg. Die Leute. Hier war nur ein Schrotflinder. Wollen wir noch da oben rum? Ich habe keine Waffe Leute. Ich wollte gerade in ein Haus und da kam direkt einer entgegen. Da ist einer. Wer ist hier und zu? Der ist knocked. Oh ja danke. Moment mal. Der kommt in die Ecke. Patz. Den hast du gefinisht. Einer war aber noch weiter links. Einer hat irgendwo von da auf uns geschossen. Hier. Oh Gott das ist ein neuer. Boah das ist ein neues Team. Durch den Smoke. Geil. Das ist jetzt irgendwie nicht so cool. Denk ich da irgendwie holen. Ähm. Wenn du sneaky hier runter kommst vielleicht schon. Aber das ist halt nicht so sneaky was mit dem Schild ist. Das ist das Problem. Ich bin gleich wieder tot. Pass mal auf. Ach. Ich kann nicht nur esperar einen derfalle sein. ersten kampf. das kampf ist auch einpo gemacht. Schild ist kaputt im surround. Kann dir nicht helfen. Geheiß kommen. Ach eh. Ist es ins und down? Oh. 까ck des zwei gesehen. Ah, habe ich auch gemacht. Achso. Sehr gut. Kann ich oben nochmal Drohne reinwerfen? weil wir können auch mal gucken ob die irgendwo rüstung haben einer von denen so toxik bin ich nicht schwere ja das ist ungefähr das was ich auch habe tatsächlich falls mir die waffe dazu fehlt da liegt eine waffe dazu ich glaube ich nehme doch die 301 wenn wir jetzt hier so viel leid ammo haben und du schon schwerer brauchst ich habe auch einen turbo charger brauchst du den so wollen wir noch durch den bunker gehen wir haben übrigens die fiese falle weggemacht die haben die events im bunker weggemacht er hat drei minuten davor gestanden nicht genommen ja ja das ist okay so gehen wir jetzt hin durch den canyon oder in die zone rein irgendwie deswegen ja die frage durch den canyon in die zone oder einfach straight einfach gerade da rein alles klar wollte ich gerade das ding benutzt weil ich das ist der jump hat aber kann es ja versuchen darum zu springen dass ich mir das machst ich bin doch mal eine ultradie ist ganz geil muss ich nur nachher rankommt noch einwerfen da der dicke mann ist da der dicke weiße mann mit dem weißen werden wo free candy drauf steht oder zum schießen ist schon gelootet ist schon gelootet da sind ballern oder machen wir schon fliegst du hin ist jetzt das aneinander rein oder was du kannst du auch dann jump hat auch dann jump mit werfen ja dann hast du die perfekten abstand dann liegt genau an der richtigen stelle nach so um geht es ist ja interessant ich komme doch nicht dahin wo du bist bist du seitlich gesprungen auch mein gas wurde ausgelöst da hinten oder wahrscheinlich das problem ist ich sehe nicht instant wurde ausgelöst auf der map wahrscheinlich bei dem haus gesehen ja ja ich habe mir aber da müsste wahrscheinlich beim kenner ist die höchste wahrscheinlichkeit dass das da ausgelöst wurde oder im bunker muss die antwort gucken welches gleich weg geht ein paar sekunden und das mal wo es ausgelöst wurde aber es hat dann schon ewig her dass die leute dort waren haa geht nicht weg und ich sehe auch niemanden lass sie durchgehen komisch habe mir gerade nicht mal bekommen das bisschen weird oder es waren noch einzelnen häusern in vom bunker da war natürlich noch eins die links von uns im canyon also links von uns ein schritter bin ich da mal in auto ich habe volde gehört das ist die andere option wenn es falsche alarme tut es mir leid ich dachte hier wären schritte vorsicht besser als nachsicht er gesagt hier kommt was hinter uns noch raus von mord kann auch sein ich glaube erst heute gehört jetzt ne gott da war wie das heute neben mir bei gott beim buselt hier 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 ja ich würde sagen dass er kommen und meine sachen rein laufen deswegen habe ich es geschossen vertreibt sie doch eher aber die sind ja die können doch ja was sie doch kommen jetzt sind sie nämlich hier bestimmt und dann gehen wir doch da rüber ja das ist ein octane und ein mirage habe ich gerade angeschossen zweimal getroffen woher hat jetzt da hinten noch ok mein fehler wo ist er denn hingesprintet? wir brauchen bloodhound bei uns mann kann den ja gerne sonst auch beworben ja Tür ist hier drin ersprintet? ja und die auch runter ups ich bin geflogen ja im wasser fliegt mit seinem pad hier ist sie wieder hoch in die richtung knockt hinter mir low auf jeden fall beteiligt gefühlt hast du dich beteiligt gefühlt? das ist schön an die energy amour oder so? energy? ich spiele nicht der hier hat unser heavy ok dann tauche ich meine waffe jetzt ähm brauche ich mal von euch das da? nein ich habe tatsächlich sehr viel shield ok die großen nehme ich einfach mit wenn ihr die nicht braucht die großen schütze die nehmen wir nicht so viel platz weg auch leichte amour äh ich habe ein bisschen was an der einfühlen hier ist noch mehr hier habe ich gerade eingesackt die ganze leichte amour weiter ähm was so mit ulti warte ich noch bis wir in der zone sind ja ist glaube ich besser jetzt wo sie gerade kommt verrät hat nur unsere posi ziemlich heftig das ist ein bisschen das problem daran ich bin fast sogar zu sagen lass das schild das ulti weg jetzt weil es bringt nichts mehr ja da ist eh nur lila shit drin normalerweise lila helme nicht drin ja die haben sie noch reduziert ich habe noch nie eine goldene sache da drin gesehen gehabt aber die haben noch die gold sachen reduziert dann siehst du so in der clip wo leute drei goldene sachen in so einem scheiß care package haben ja bei einem world drop okay da ist da ist was direkt auf meinem ping sind er hat mich schon gesehen hat mich schon gesehen ja mich auch ist hinter einen stein gegangen da da ist noch einer direkt neben aber ich würde es nicht schießen weil irgendwo fehlt das dritte squad kommen wir jetzt angerannt ich will eigentlich erst ein bisschen keiner als da und dann runter gehen na die sprinten hier halt rein ne gesmoked bulten hinter mir ist das die sind schon oben ich bin mal kurz hier raus die haben halt mein gas jetzt gezündet damit ja ich bin auf dem weg ich bin auf dem weg die fight mit dem anderen squad ja deswegen deswegen dann gehen wir jetzt hin hier lang hier lang hier lang hätte doch da bleiben können russian 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 los drauf 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 ja der sport ist nämlich tot Ich hab meine Ulti bisschen falsch geworfen. Die ist auf uns drauf gelandet. Fuck. Oh man. Ja, ich hab mich beteiligt gefühlt. Ich wurde auch zurückgerufen und dann durfte ich wieder da reinlaufen. Weil ich meine allgemein 167 Schaden. Wow, das ist der Schaden, der zum Sieg geführt hat vielleicht.